haben wir ja schon mal was von so immerhin geben sie 90 euro die währung hier das kann man verkaufen gibt zwar nicht viel aber wir sind den scheiß los ach wir haben ja noch fässer und das jetzt einmal wieder ich gehe mal davon aus dass man damit düngen können die ernte braucht eigentlich recht lange ja das kann gut sein da können wir ja im nächsten monat im nächsten quartal ausprobieren weil hier ist immer nur 16 tage einmal eine jahreszeit deswegen würde ich sagen dass wir das dann am besten dann später mal machen so was sagt denn hier unser lieblingshaus ist hier du willst noch nicht nach hause na gut was können wir denn hier noch mitnehmen die hat eine badewanne okay ja tut mir zwar leid ist es hier aber ich glaube du wohnst nicht mehr lange hier das kann man ja auch mal weg machen lol was ist das denn was ist das denn wackelkopf lol wie viel gibt er ja genau jogi was ist das was ist das denn 600 alles klar das geld nehmen wir auf jeden fall mit äh wo ist jetzt verflixt nochmal da muss ich auch nicht dass man sowas finden kann richtig cool ach ich wollte doch gucken wie teuer ich habe hier noch gar keine biene reingetan ähm wie teuer ach so die hat schon äh aber noch keine arbeiter ich habe gleich hätte noch keine bienenkönigin drin ok okay ach ja dann wollen wir mal fennl so ich würde ganz gerne die erde hier draußen die erde hier draußen auch noch nicht kommt das öfter ist jetzt erstmal wieder gießen. Oh, wir können pflanzen. Das ist sehr gut, aber hier noch nicht. Das heißt, die müssen wir noch gießen. Alles klar. Ja, die Bienen. Ach, wir brauchen noch so einen Bestäuber. Damit wir die machen können. Wie lange machst du heute noch? Bei mir ist eigentlich immer wie ich Bock habe. Was haben wir denn jetzt eigentlich schon? Oh, halb zwölf haben wir schon. Ja, vielleicht bis zwölf. Und dann in Ruhe ausklingen lassen. Jetzt, wo wir das auch hinter uns haben, ist es nur noch ein großes Zusammenwerfen der Einzelteile. Jeder Schritt in der Blaupause nutzt eine bestimmte Handwerkstation. Willst du was zersägen, dann ist der Serietisch der richtige Anlaufspunkt. Willst du jedoch was montieren? Ja, der Jeste wohl lieber zur Montagestation. Macht Sinn, oder? Dann musst du die Items links neben der Station setzen, das Endergebnis holst du von rechts. Wenn du mit der Mitte der Station interagierst, geht's los. Das sollt schon mal einiges an Zeug abdecken, das du für den Trog brauchst. Oh nein. Am besten fängst du beim Sägetisch im Handwerksladen an und machst uns schön mit Bauholz. Falls ich nicht auf den Kopf gefallen bin, dann brauch die Scheune ein paar Tröhe. Wände und ein Dach. Wände alle Tast, kannst du die Scheune fertigstellen. Ich muss dich bestimmt nicht daran erinnern, wie du einen guten Bau zusammenwerkelst. Jetzt einfach ein paar Blöcke nieder und bau vier schöne Wände. Vergiss die Tür nicht, oder du hast echt ein Problem an der Backe. Deck das dann mit einem kräftigen Dach aus Blöcken ab und haltet alles schön trocken. Es ist übrigens Strunze, ja, was du für eine Scheune baust. Wir haben eh keinen Bauplan. Bau einfach in dem Bereich mit deinen leuchtenden Würfelpartikeln und alles wird gut. Ich warte drauf, dass du wiederkommst und mir davon erzählst. Hab ich doch vorhin schon geschrieben, weil Steffi ist immer Open End. Ja. Jetzt aber die Sachen bekommen, Nägel und Heubein. Aber ist nicht schlimm. Äh, vielleicht müssen wir ja nochmal irgendwie einen Druck bauen oder so. Kartoffeln und Rüben. Na, die kann man gleich verkaufen. Aber erst mal tun wir den Smoker hier rein. so, dann nehmen wir uns jetzt ein Glas und füllen. Cool! Alles klar, da wollen wir mal schauen, was wir für Honig bekommen und was wir für, äh, ähm, nam, 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 Milch bekommen. 360 für ein Glas Honig. Geil! Ah, 126, das lohnt sich nicht so. 147 und die Milch. 300, ey, das ist auch nicht schlecht. Also Milch und, äh, Honig lohnt sich. Ähm, ich wollte nochmal hier reingehen. so. Kötterdrucken, tut mir leid. Das ist irgendwie leid so am abbauen. So. Guck mal, die kriegt von mir hier einen richtig schönen Tippisch. Zwar nicht mehr so bunt, wie sie denn vorher hatte, aber die soll sich mal beschweren, ja. Ganz ehrlich, die hat hier so ein Luxushaus, ja. Äh, da muss man mal ein bisschen was von abzacken, denn, äh, man muss ja auch so den Luxus an andere abgeben, ne, also geht ja nicht, hat immer nur eine Person so was geiles hat. das geht nicht. Mal ein bisschen aufgestalten hier, wie sieht das denn hier aus? Und diese Platten hier, die brauche ich auch. Gleichberechtigung für alle, ja. Minus sieben Grad draußen, ja. Als ich eben aber nach Hause gegangen bin, das war schon mega kalt. Mega kalt. Das war schon wieder so kalt, dass sich bei mir die Ohren wieder entzündet hat. Das habe ich leider so, das Problem, ne. Jetzt noch vier Stück. Weiße. Eins, zwei, drei. Machen wir das erstmal so. Und hier am Beistelltisch, dann soll sie ja wieder haben, ne. So. Ich kann ja aber bei mir mal aktualisieren. Was haben wir denn hier? Ne, noch nicht ganz so kalt. Das wird gleich noch. Die haben also bei uns auch minus neun Grad angegeben. Zum Glück habe ich die Wochen-Nachtschicht. Bei früh wäre mir die Laune vergangen. Ja. Das glaube ich. Ich hasse dieses Wetter oder allgemein die Jahreszeit. Du bist hungrig. Komm mal her. Ja, brav. Ganz brav. So. Dann würde ich mal sagen, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Ne, andersrum. Und zwar die hier hin. Ne, machen wir nochmal anders. was. Ja, da. Und hier so. Und da haben wir noch ein bisschen Erde. Das geht ja nun mal gar nicht. So, dann kommen nämlich hier die hier hin. Ich weiß schon, wieso ich nicht rausgehe, wenn es nicht unbedingt sein muss. Ja, genau. Ist bei mir nicht anders. Nur so viel wie nötig. so, jetzt haben wir die hier. Jetzt ein bisschen hier mit die Löcher stopfen. So, wo haben wir den denn noch so krass? Hier. Oh, das war es auch schon. schon. Rein theoretisch gesehen, können wir die hier auch nochmal rausnehmen. Machen wir das bis hier hin. So. Ja, wir brauchen noch ein bisschen mehr. Was man noch machen kann, ist hier. Hier macht so eine Art Läufer hin. Hier fehlt uns jetzt noch ein bisschen Boden, aber hier auch ein bisschen. Aber Ed wird. Ed wird, liebe Leute. dadurch, dass wir ja hier fleißig ach du Scheiße, hier ist ja auch noch sechs Stück haben wir davon. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Dann geht das jetzt erstmal nur so. Ja, wir haben ja jetzt wieder ein bisschen Erde. Warte mal, die nehmen wir auch nochmal mit. Wie viel Erde haben wir jetzt wieder zehn? das Haus nimmt langsam Gestalt an. Oh ja. Oh ja. Dank unserer Quelle wird das richtig schön, ja. Kann man denn hier auch sowas finden? was verborgenes wie in der Stadt da. Ne, hier nicht. Schade. So, wir brauchen nochmal ein paar davon, um dich zu sagen. Ah, können wir zehn Stück mitnehmen. Zwei, drei, vier, fünf, sechs, sechs, vier Stück noch, eins, zwei, drei, und vier. Die hat doch einen wunderschönen Bohnen jetzt hier drin. Ich weiß gar nicht, was er hat. Und 2700 haben wir schon mal, das ist nicht schlecht. Und wenn wir jetzt noch unsere Bienen erweitern können. Ey, das wäre mega. Wie bist du hier reingekommen, Eris? Hier vorne ist zu. Das ist mein Grundstück. Hau ab! Ich glaube, es hackt hier, ey. sind hier mal einfach auf meinem Grundstück. So, jetzt fehlt da noch ein bisschen was und hier, ah, gut, gut, gut. Acht Stück haben wir davon noch. Warte mal. Eins, zwei, drei, vier. Ich gucke mal, wie ich das mache. Eins, zwei, sechs, sechs. Ja, müssen wir ein bisschen tricksen. Aber wir waren nicht das letzte Mal bei ihr. Jetzt haben wir noch drei Stück, dann können wir hier schon mal wieder ein Loch stopfen. guck mal, ob nichts wer. Und was wir hier auch nochmal machen können. Dann können wir hier nochmal stopfen und hier. Ja. 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 so. Ja, cool. Wacht doch. Hä, wo ist denn die Tür? Tür. 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 Hatten wir hier keine Tür drin? Hä, hat man hier keine Tür drin? Naja, ich weiß ja, wo ich eine Tür finde. Aber wir brauchen jetzt mal, wir haben aber noch ein paar Bretter, aber die sind glaube ich zu klein für auf dem Fußboden. kann ich die Kühe eigentlich nochmal melken? Ja, zeigt mir mal eure die kann nicht äh, Elsie ist beschäftigt. Gibt mir Milch. Geil, wir haben wieder... Das ist ja richtig cool. Hier kommen immer wieder diese scheiß Viecher hier. Okay. Okay. Die Käfer können wir verkaufen. Den Weg müssen wir eigentlich auch mal machen. Wie macht man denn nochmal? Rohstein und Sandblock. Okay, wir brauchen Rohstein. Ach, davon haben wir schon ein bisschen. Und Sand. Nicht nur Vieh, du kannst nicht mit. Gehen wir mal eben zum Strand. Und... Und... ... ...